Ich beginne diesen Part mit einer Liste, die auf Fotos nichts verloren haben. Zungen. Ähm. Falsche Fingernägel. Äh. Das sollte man noch nicht fotografieren. Unfallopfer. In der Reihenfolge. Warum ich beim Ende des letzten Parts so gejapst und gekeucht habe vor Erwartungen unfreudiger Dinge, war natürlich, ich habe den Eisstab gefunden und das hieß für mich, welcher ist der nächste Dungeon? Ja, der hat uns allen so viel Freude bereitet. Ohne den wir einfach auch gar nicht schlafen können. Der heißgeliebte Turtle Rock, der kommt. Äh. Ich habe vergessen, das hier zu machen. Okay, dann gehe ich einfach mal den kurzen Weg und mache das eben. Ich sag doch, ich bin heute unkonzentriert. Manchmal klappt es halt nicht. Manchmal klappt es halt nicht. Und jetzt ziehe ich mich erstmal hier rüber. So. Zack. Nehmen wir einen kleinen Schlüssel mit und dann können wir eigentlich, glaube ich, den ganzen Dungeon schon machen, oder? Ne, Quatsch. Können wir das? Können wir nicht? Können wir wohl? Können wir beide nicht? Es sei denn... Oh ja. Jetzt müssen wir hier wieder so die Entscheidung treffen. Und eine Entscheidungsleistung enttreiben. Treffen. Treffen. Einschalt. Eigentlich Einschaltquoten hoch. Das wäre gut. Uh. Ja. Ich meine, ich hatte ja mal dargelegt, wie das so ist, ne? Ach so, so halb so war der Beise. Zungen und so. Ich weiß nicht. Das ist einfach unästhetisch. Lass die Zunge drin. Lass das einfach sein. Du bist doch nicht crazy, du. Du bist einfach nur unästhetisch. Dankeschön. Und jetzt kommen wieder alle Leute... Ja, in Medi gucke ich nicht mehr. Der ist wieder gegen mich. Ja, ja, ist okay. Aber man muss auch mal ein bisschen Hämmer einsteigen, ne? Das gehört auch noch mehr dazu. Zum guten Leben gehört einfach auch mal ein bisschen so eine Prügelleiste. Jetzt kommen die ganzen schleimenden Menschen hier raus. Und wollen mir Dreck nachsagen. Ah! Oh Gott, da der Dodge. Der Dodge war einfach auch klassisch. Klassisch. Yay. Diese Passage ist übrigens im Randomizer viel besser als im normalen Spiel. Weil im Randomizer gehe ich da einfach durch. Das ist mir egal. Da kann ich mich rüberziehen. Kannst du wegziehen? Hey, spinnst du? Ist hier ein kleiner Schlüssel? Bitte mach das hier ein kleiner. Nein, ist nicht okay. Ich habe nämlich theoretisch einen zu wenig, glaube ich. Oder? Habe ich nicht? Ne, habe ich nicht. Ich kann das schaffen hier. Ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwo in diesem Dungeon irgendwas ist, was mich weiterbringt. Das hier zum Beispiel. Super Sache. Ein Kompass. Ohne Kompass geht das gar nicht. Dieses Line hier, ne? Ich verstehe auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist einfach nur Schikane. Anders kann man das nicht bezeichnen, hier. So, was ist es hier? Drei Bomben. Ich kriege zu viel. Dankeschön. Ihr seid so gut zu mir. Immer diese gönnerische Haltung, ne? Boah. Pikachu mit der Red Luris ist natürlich ein Zauberer vor dem Herrn. Das war... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich was ausbrüte. Kennt ihr das, wenn ihr so glaubt, man brütet was aus? Also so krankheitlich? Wir haben immer gesagt, man brütet was aus. Okay, wie ist das mit dem Master-Schlüssel? Habe ich den? Nö. Brauche ich auch nicht. Ist okay. Brauche ich nicht. Mach das mit Pikachu alles alleine. Okay, hier war doch... Den haben wir schon geholt, ne? Aber dann ist das jetzt alles auch eher so irrelevant. Okay, rüber. Und jetzt wünsche ich mir, dass ihr mir alle die Daumen drückt. Für eine weitere Runde Map-Baronen gegen alle. Wir schieben die Statue nach oben und gucken mal, ob wir noch einen kleinen Schlüssel kriegen. Das wäre sehr nice. Oder irgendwas, was uns mal weiterhilft hier. Ich meine, es ist ja kein Pendant-Dungeon, ne? Das ist ja schon mal cool. Das heißt, wir wissen an dieser Stelle schon, das, was wir hier machen, ist nicht unnötig gewesen. Ja. Es ist immer wichtig. Ich finde, es gibt auch nichts Schlimmeres, als einfach in die falsche Richtung zu arbeiten, ne? Und dann hinterher nach, sagen wir mal, drei, vier durchzechten Nächten zu sagen, Och ja, ne? Was du da gemacht hast, hättest du ja eigentlich auch sparen können. Äh. Hilft jetzt nicht so wirklich fürs komplette Leben weiter. Aber danke. Was ich nicht verstehen werde, ist, warum Link nicht ziehen kann. Er kann nur drücken. Aber es ist ein bisschen schlimm. Ich meine, drücken ist ja auch ein Bestandteil des Lebens. Ist relativ wichtig. Drücken! Masterschlüssel, ja. Ein großes Herz. Ja. Das mit dem Masterschlüssel, den machen wir auch direkt. Den lösen wir direkt ein. Weil das ist ja unsere Plus Eins hier in diesem Dungeon. Äh, Pikachu, ich hab nach unten gerückt. Aber kann ja sein, dass du hier einen Marathon machst. Pikachu, du bist ein kleines Dreckvieh. Oh, das war knapp. Hm. Es gibt ja auch so No-Hit-Runs hier, ne? Für die ganz harten. Äh. Oh Mann. Ich glaube, die Plus Eins, die wir hier aus diesem Dungeon gekriegt haben, war... ...der Eisstab. Und wenn wir ganz viel Glück haben, kriegen wir irgendwie noch einen... ...Schlüssel. Ja, ich weiß, ich muss das nicht machen, ne? Aber ich mach das trotzdem. Ja, der hat ja da irgendwas zurückgesetzt. Und dann bin ich dir gelangen, ne, Hattel. Obwohl, wir waren noch nicht. Vielleicht ist hier ja ein Schlüssel. Ich hau euch alle kaputt. Hat einer von euch einen Schlüssel? Sie vielleicht? Bist du das? Hast du einen Schlüssel? Ne. Haha. Zunge kann ich auch nicht ziehen. Äh. Na gut, dann eben nicht. Was passiert eigentlich, wenn man den Hebel zweimal zieht? Kommt das Wasser dann da wieder hin? Warum kann der da nicht durchtauchen? Wieso? Warum? Weshalb? Und alles. Ich geh jetzt in jeden verdammten Raum rein. Vielleicht gibt's ja irgendwo noch einen kleinen Schlüssel. Hier drin zum Beispiel. Da bei den Fliesen gelegten, ne? Ah. Nö, nix. Und da ist der zweite Nasenkobold, der direkt wieder auf den Einsatz wartet, ne? Das ist wie bei so einer Wasserrutsche. Da wartet einfach auch keiner da drauf, dass jemand das grüne Licht gibt. Da wird einfach gefahren. Und die Kinder sterben alle. Ah. Ja. Ne Schaufel. Das ist ja so, das ist so ein bisschen wie Sudoku, ne? Du weißt, du hast eine Zahl, die du einträgst, aber damit kriegst du noch kein Bild voll, weil irgendwann kannst du wieder auf Granit beißen. Irgendwann weißt du schon wieder nicht weiter. Ohioioi. Okay. Wir haben jetzt überhaupt auch zwei Varianten, die wir machen können, ne? Wir könnten entweder uns diese göttliche Tortur des Turtle Rock geben, die uns allen ja so viel Freude bereitet, oder wir machen den Eispalast. Geht beides, glaube ich. Oder? Fehlt mir mal. Oh ja. Das ist so ein befriedigendes Gefühl. Nachdem wir das letzte Mal nur mit dem Hammer gemacht haben, ist das hier viel besser. Das ist viel toller. Da kann man nämlich wirklich mal angreifen. Da kann man wirklich mal leisten. Guck mal hier. Das ist alles mein Gewerbe hier. Guck mal. Ich kann ihm einfach so einen Flocken da wegziehen und direkt einen anderen Knopf drücken. Von mir aus auch im Flug. So, jetzt wird sie mich gespannt. Ja, was heißt eigentlich so spannend, ist das auch nicht. Weil er ja immer wieder hochfliegt, ne? Ne. Okay. Jetzt ist es aber langsam gut. Ja. Wow. Okay, Achtung. Wum. Wum. Yes. Hat sich gelohnt. Obwohl, warte mal. Warte mal. Das ist grün. Und wir wissen alle, was es heißt, wenn es grün ist. Kerzen wurde geskippt. Wäre auch langweilig gewesen. Heiraten tun die ja eh nicht. Heiraten tun die ja eh nicht. Okay. Start. Flöte. Auf geht's. Ich weiß nicht, was der alte Mann für uns hat. Aber hoffen wir mal, dass das was Gutes ist. Ansonsten wäre ich ein bisschen stinky. Ich hatte übrigens immer gedacht, dass der Sahasrala irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal hatte, ne? Dass er einfach so der Typ von den Typen wäre. Ist er aber eigentlich nicht. Es gibt ja sieben Waisen. Er ist nur einer davon. Das heißt, sechs andere sind mindestens genauso cool wie er. Unter anderem der verirrte Mann da oben auf der Koppel. Ja. Oder der eine da in der Wüste. Wo ich immer dachte, das wäre auch Sahasrala. Ist es aber nicht. Er hat irgendwie... Irgendwie heißt der was mit N oder so. Keine Ahnung. Hallo. Jo. Jo. Kann man machen. Kann man machen, Brudi. Hä? Was ist mit dem Vogel los? Hat er leider jetzt wieder ein bisschen... Äh... Hat er Drogen genommen, oder? Oh. Dann wollen wir mal einen Wunsch sprechen, ne? Ich habe jetzt keine Lust rüber zu ziehen. Ich spreche einen Wunsch. Liebes Tagebuch. Ich hätte gerne eine neue Staffel von Brooklyn Nine-Nine. Das können wir leider nicht gewähren, aber wir können dir den Weg zu diesem Dungeon öffnen. Ist auch kacke, ne? Diese... Das müssen ja einfach so hochgradig depressive Dinger sein. Die hören immer diese ganzen Wünsche. Oh, ich wünsche, dass meine Mutter nur leben würde. Oh, ich wünsche, dass ich noch wieder gesund werde. Und die können einfach nichts machen. Das Einzige, was sie machen können, ist hier den Dungeon öffnen. Ich meine, das interessiert dich dann in dem Moment auch nicht. Das juckt einfach. Du willst den Dungeon nicht geöffnet haben. Du willst gesund sein. Oder was auch immer du willst. So. Dankeschön. Und weil das Spiel mich ganz lieb hat, dann kriege ich jetzt einen kleinen Schlüssel hier drin. Ich meine, es ist kein Pendant-Dungeon. Ich muss das hier machen. Und irgendwas sagt mir, dass ich den jetzt machen muss. Yeah. Boy. Das hat einfach gar nichts gebracht. Ist okay. Äh. Ja. Ja, 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 ja. Durchkommen wir hier sowieso nicht. Das wissen wir ja schon. Weil uns ein kleiner Schlüssel fehlt. Den habe ich ja hier geklaut, ne? Da bin ich ja in anderen Dinger. Wir haben aber... Oh mein Gott. Ja, wir haben theoretisch die Möglichkeit, Misery Mire zu machen, wo es ja mindestens eine Tür gibt, die wir nicht öffnen müssen. Das geht auch. Dann können wir da nämlich wieder so ein bisschen Schlüssel plus machen. Das wäre möglich. Hier waren wir schon, ne? Ja, mal schon. Aber warum kam ich nochmal bei Misery Mire nicht weiter? Weil ich da auch einen Schlüssel zu wenig hatte, ne? Da gibt es zwei Türen, die du nicht öffnen musst. Und das ist eigentlich schon mal ziemlich geil für so ein Format wie das hier. Das heißt, wenn wir Glück haben, machen wir da zwei Schlüssel plus. Wenn wir Pech haben, sind die Schlüssel da gar nicht. Und ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Das heißt, wir machen jetzt entweder Arganim, ähm, Turtle Rock oder diesen Ice-Dunch. Tihihihihi. Ja, das sind lustige Alternativen, ne? Aber ich würde einfach mal klammheimlich behaupten, dass wir für alles davon relativ überpowered sind. Das heißt, wir randalieren jetzt erstmal Arganim um, holen uns einen Schlüssel plus und dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir damit, ähm, Turtle Rock machen müssen, weil ein Turtle Rock hat uns ja theoretisch auch noch einen Schlüssel gefehlt. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Da standen wir ja vor einer Mauer und die Mauer hat gesagt, nee, wissen Sie was, hier haben Sie lieber mal einen Schlüssel, äh, hier haben Sie lieber mal 20 Rubine als so einen Schlüssel. Das ist so viel besser. Ja, und dann standen wir da mit unserem losen Hemd und wussten gar nichts mit uns anzufangen. Okay, rein hier. Hey, ich habe ein neues Schwert. Wollt ihr mal sehen? Hier kriegt die gerne. Oh, oh, da hat es wohl gezündelt. Guter Mann. Beruhigen Sie sich. Ach, das habe ich vergessen. Ich komme ja nicht weiter. Scheiße. Ah, das heißt, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich habe echt ein Gedächtnis von zwölf Uhr mittags, ne? Ich könnte jetzt eigentlich sagen, ich habe das letzte Woche erst aufgenommen, aber das war eine Lüge. Ich habe es gerade eben erst gemacht. Zwei Möglichkeiten, drei Möglichkeiten. Ich könnte theoretisch, und da muss ich jetzt erst mal nachgucken, was da noch war. Hier oben auf der Insel. Das mache ich jetzt auch. Guck mal, wir haben auch fast alle Herzen, ne? Da oben wäre noch mal was. Das könnten wir uns holen. Aber was wir auch machen können, wir können eine flöten. Das heißt, wir können die Flüt holen, da wo sie normalerweise wäre. Das mache ich jetzt auch. Das werde ich jetzt als nächstes tun. Guck mal, wie er da durchbraust. Wie so ein junger Gott. Pikachu mit dem Laserschwert. Ja, die Vögel, die interessieren gar keinen. So, wo war das hier? Y-Bruh, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, langsam. Das ist einfach so frech. Ich finde dieser, dieser, ähm, Classic-Retro-Randomizer ist echt so ein bisschen der Enttäuschungssimulator, ne? Weil du ja überall nur Rubine kriegst. Alles, was auch für Pfeile werden, ne? Alles auch nur Rubine jetzt. Alles blöd. Gehört uns alles nicht. Macht uns alles unglücklich. Jeder einzelne, jedes einzelne ist eigentlich nur eine kleine Enttäuschung. Ein Tropfen, der uns alle aushöhlt. Langsam, aber beständig. Macht er uns alle verrückt. Vor allem mich hier gerade. Das wäre definitiv nicht so ein Livestream, wo ich sagen würde, ja, ja, in vier Stunden sind wir fertig. Nee. Never. Never. So, jetzt die Frage. Komme ich jetzt hier eigentlich aus diesem Kabuf wieder nach oben raus oder muss ich dafür einmal komplett durch den Pottich schwimmen? Müsste ich dann machen, weil wenn ja, dann hätte ich ja jetzt schon ein Veto eingelegt, ne? Kommt, Leute, macht einfach auch mal nicht so viel Stress hier, bitte. Macht einfach mal bitte nicht so viel Stress. Moin. So. Dankeschön. Ein neues Herz. Ich brauche nur noch ein Herz und dann habe ich alle? Das kann ich ja irgendwie auch nicht glauben, ne? So, jetzt bitte ich einfach mal um so eine Leiter hier raus. Das wäre cool. Das werde ich nicht kriegen, ne? Ach, komm. Ach, komm, ach, komm, ach, komm, ach, komm. Ach, komm, ach, komm, ach, komm, ach, komm. Wie sieht es eigentlich hier aus? Das war der Zweier-Dungeon, ne? Da brauche ich nicht. Theoretisch brauche ich einen Fünfer- und Sechser. Dann könnte ich dann könnte ich die Bombe bringen und dann haben wir alle Spaß. Ja, aber es wäre jetzt auch für mich blöd, Arganim zu machen, ne? Weil ich würde ja Arganim nur machen, damit ich einen Schlüssel mehr kriege, ne? Aber ich brauche ja einen Schlüssel, um Arganim zu machen. Das heißt, wenn ich Arganim machen würde, wäre ich schon richtig bescheuert, weil dann mache ich mir ja nur mehr Arbeit. Hm. Ja, das ist, das wäre so ein typischer Matti. Da würde ich einfach so machen und denken, ja, ja, ich bin schon auf dem richtigen Wege. Leute, Frau, traut mir. Ich bin ein Ingenieur. Und alle so, Matti, nee. Das musst du gar nicht machen. Und ich so, ja, doch. Natürlich muss ich das machen. Ich kriege einen Schlüssel dadurch raus. Natürlich. Klar. Schlüssel rauskriegen. Das ist immer wichtig. Yeah. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mich nicht unterhalten fühle, ne? Ich meine, du kriegst, ich kriege einfach mit beiden Händen auf der Nase. Aber das ist geil. Das macht Spaß. Das ist schon lustig. Komm, mach mal das Ding hier kaputt. Oh nein. Terrorvogel. Gehen sie weg. Wie viel zieht der im Original? Vier? Ohne richtige Rüste? Ein richtig schlimmes Tier. Habe ich eigentlich den Dungeon da oben gemacht? Ja, da bin ich fertig. Glaube ich. Kann ja sein, dass unter irgendeinem komischen Totenkopf noch einen Schlüssel auf mich wartet. Den habe ich nicht gefunden und dann kann ich das ganze Spiel nicht durchspielen, ne? Ja. Mit Spoiler-Datei spielen das einfach auch für Versager. Diddli-di. Diddli-di. Hello. Wo es geht? Ich kann Schlüssel kaufen. Du kannst einen Schlüssel kaufen. Du kannst einen Schlüssel kaufen, ey. Kann ich noch einen Schlüssel kaufen? Ey, was ist hier los? Warum kann ich denn einfach diese fucking Schlüssel kaufen?